für einzelnen wachstums geschwindigkeit bis 20 prozent okay fischer gesamte wirkung wenn du wenn du das aufhebst nehrkampf schaden gegen uns bis 10 prozent was macht die denn der linke hinterlauf eines schwer zu fangen tieres chance auf ausweichen sieben prozent ok so werden dann hier noch das gyroskop wir können die maräte verbessern westbosch macht 30 schaden die macht dann schon 40 schaden und und Oh, Weizen. Nice. Ah, Angeln, erlaubt. Oh. Nice. 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 Komm, nimm mit. Nimm mit. Genau. Da fahren sie vorsichtig. Ja. Ich hoffe inständig, dass wir immer noch ein Werkzeug kriegen, damit wir einfach alles abbauen können. Ich hoffe, dass wir noch ein Werkzeug machen können. da wirst du bestimmt auch gleich wieder Lagerfeuer kommen wenn man vom Teufel spricht ist er nicht weit es ist halt so unglaublich wertvoll den Rucksack zu upgraden das ist quasi das essenziellste was man machen muss eigentlich Friedhofsschicht der Friedhofsschicht der Schlüssel in den Südfriedhof ok damit können wir jetzt schon die Wände einhacken sehr sehr praktisch sollte man vielleicht nicht unbedingt immer tun aber ja 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 zu erinnern an die Ureinwohner der Insel original-Artefakt entdeckt im Jahr 1917 und sehen. Okay. Was? Da frage ich mich ja auch. Hm, okay. Na gut. Ah, gehen wir weiter nach Westen. Da. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am I to to fall? Am I to leave this haven of my rest? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Chili ist super. So, sieben Tomaten und sechsmal vom Gewürz. Schaden hinterrücks. Oh, Arsch. Die Chili-Suppe macht Schaden für den Hinterrücks. Denken wir mal nicht weiter drüber nach. Das ist mal AP wieder hergestellt. Ja. 000 Das war's für heute. Oh, sehr, sehr praktisch. Oh, sehr, 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 sehr. Oh, sehr, sehr, sehr. Oh, sehr, sehr. Oh, sehr, 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 sehr. Splittergranate? Ranger Chance auf Wiederbenutzung der Armfußbolzen. Sporter, doppelte Chance beim Sammeln. 50% schon. Okay, ja. Baseball Sammelkarte, bild eine Sportlegende Inselliga, Rückstoßstärke plus 100. Was braucht das zum Herstellen? Holz und Plastik, ja. Straßenkämpferjacke. Angeln, Köder, Stoßdämpfer könnten wir mal machen. Ausweichwolle. Wir brauchen halt viel mehr Eisen auf jeden Fall. So, da wollen wir hin und da wollen wir hin. Wir gehen dann zuerst noch mal hin. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich nur das zweite DLC oder so. Keine Ahnung. Oh, aber hier können wir Gummi sammeln. Wir gehen dann. 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 Alter, Alter. Was ist denn da los hier? Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. This is an automated recording sent from K-23 to the Crown Station. So, let's go. Wenn man das vorher schon sehen kann, wo hier eine Lagerstelle ist. Hier ist auf jeden Fall ein Brunnen. Da können wir jetzt schon so viele Sachen mitnehmen, es reicht immer noch nicht. Nach wie vor ist es praktisch, dass die Wege nicht so weit sind, also das passt schon. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020